Ich habe auch, glaube ich, im letzten Gespräch meiner Mutter gesagt, ich bin der Volksverräter. Ich habe wirklich das Gefühl, dass du mir früher oder später sagst, dass ich ein Verräter bin. Wie ist es, wenn deine Familie pro Putin ist, einen brutalen Krieg nicht Krieg nennt und du ganz anders tickst? Das ist dieser schwierige Spagat zwischen den politischen und den familiären. Also ich sage meinen Eltern auch ganz offen, dass ich sie liebe, aber dann höre ich von meiner Mutter zu hören, ich spüre deine Liebe. Ich habe das Gefühl, dass meine Mutter auch in der Liebe versteht, dass ich mit ihr eine Meinung bin. Georgi lebt in Moskau. Seit Kriegsbeginn sind wir mit ihm in Kontakt. Er hat seinen Job in den Medien gekündigt, seine Freundin will auswandern und er hat den Mordsstress mit seiner Familie. Wie ihm geht es gerade vielen jungen Russen. Hier kommen sie zu Wort. Dass ich westliche Schlampe bin, das höre ich oft in der letzten Zeit über mich von meinem Vater. Eine westliche Schlampe. Das ist Kira. Sie hat den Kontakt zu ihrem Vater in Russland komplett abgebrochen. Am Anfang habe ich mir die Schuld gegeben, dass ich den Mund aufgemacht habe. Ich dachte, du hättest die Klappe halten sollen. Blass bleiben und Klappe halten. Oder protestieren. Und auch dann, wenn dadurch die eigenen Eltern in Gefahr kommen könnten? 80% der Russen sind laut einer repräsentativen russischen Studie für die sogenannte militärische Sonderoperation. 20% dagegen. Ich nehme Krieg als Krieg. Das ist schon gefährlich in Russland. Bis zu 15 Jahre Haft für das Wort Krieg. Das ist Russland 22. Umso dankbarer bin ich, dass ich diesen mutigen Menschen jetzt zuhören darf. Bei dieser Recherche habe ich mich ab und an ertappt gefühlt. Denn auch in meinem privaten Umfeld gibt es Situationen, in denen etwas Politisches angesprochen wird und ich komplett anderer Meinung bin, ich dann aber schweige, weil ich keine Lust auf den Konflikt habe. Wie müssen sich erst Russinnen und Russen fühlen, die Putins Propaganda nicht auf den Leim gehen und jetzt abwägen müssen, ob sie mit ihren Freunden, Bekannten, mit der Familie in den Clinch gehen? Politik und Familie, das kann ein ganz schönes Mienenfeld sein. Geh mir weg. Anastasia kann dem nicht aus dem Weg gehen. Will sie auch gar nicht. Sie ist 24 und studiert Freikunst in Bremen. Ich mag politische Kunst, denn Kunst spricht, wenn die Worte fehlen. Ich war fast die ganze Zeit meiner Kindheit da. Und wir waren alle so wie Urlaub, Feiertage, Urlaub. Wir alle gehen zu unserem Landhaus und trinken Tee den ganzen Tag und essen Bursch, weil meine Großmutter macht sehr schöne Bursch. Wer sind die drei? Einige von meiner Familie. Deshalb gibt es keine Gesichter. Das ist das Sommerhaus ihrer Familie nahe Moskau. Ihr Bild hat Risse. Vor zweieinhalb Jahren war sie das letzte Mal im Sommerhaus, trank Tee mit ihren Eltern und ihrer Oma, die aus der Ukraine stammt. Wenn ich die vielleicht sehe, werde ich so zwei Stunden weinen, umarmen, umarmen. Hast du denn die Hoffnung, dass du deine Familie bald wieder siehst? Ja, wir planen schon, vielleicht nicht in Russland. Sondern? Irgendwo so im Zwischenort. Weil die haben auch nicht so viel Geld im Reisen. Und ich habe auch gar kein Geld. Wie denkst du über den Krieg? Vielleicht wir finden da ein bisschen so nicht mit. Ja. Sie mag ihre Worte in Ruhe wählen. Wie gehen deine Eltern denn mit der Situation um? Also die sind alle jetzt in Russland. Aber was ich gerne machen, nicht möchte, dass sie von jemandem sagen. Ich kann nur sagen, dass wir sind eine Seite. Aber wenn ihr möchtet wissen, was die denken, das ist am besten die Fragen. Dann muss ich sie selbst fragen, ne? Fernav. Ich entscheide mich weiter für die Sichtweise der jungen Menschen. Das ist Georgi. Er heißt eigentlich anders. Er hat eine längere Zeit in Deutschland gelebt und wohnt jetzt wieder in Moskau. Direkt zu Kriegsbeginnen sagt er, was er denkt. Ich hatte immer ein Problem damit, das als Faschismus zu benennen. Aber Leute, das ist Faschistoid, was jetzt hier geschieht. Also ich kann jetzt jeden Passanten anhalten und nach den Passfragen, sogar nach dem Handy fragen. Also es ist jetzt schon so sehr schreck geworden. Dieses Missbrauen, den ich nicht mehr schliegen. Das ist schlimm, dass du jetzt verpfiffen werden kannst oder denunziiert und sowas. Das ist das Schlimme. Das ist diese Paranoie des Selbstwänden, die du jetzt lebst und du kannst niemandem vertrauen. Wann hast du eigentlich das letzte Mal mit deinen Eltern gesprochen? Meine Kollegin Imke spricht fast wöchentlich mit Georgi. Als Zweikollektiv veröffentlichen wir seine Story auf unserem Instagram-Kanal. Die nächsten Monate fährt er emotional Achterbahn. Je länger der Krieg dauert, desto fremder werden ihm seine eigenen Eltern. Ich bin mit meinen Eltern hingegangen. Ich habe ihnen alles sofort, ja, tachlisch geredet mit denen. Ich habe ihnen gesagt, das ist totaler Wahnsinn hier, den ich nicht mitmachen will. Und meine Eltern hatten es im Moment noch keinen richtigen Standpunkt. Das ist interessant. Der Standpunkt kam erst nach drei, vier Tagen. Russland plötzlich hieß, Biolabore. Ja, die Ukraine hat jetzt Massenvernichtungswaffen entwickelt, die sie gegen die armen Russen anwenden wollten und sowas. Ich halte meine Eltern für keine dummen Menschen. Und mittlerweile finde ich dazu, zu sagen, dass die Menschen eine Entscheidung getroffen haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle gebrainwashed sind. So ist es nicht. Es gibt bestimmt soziale Gruppen oder Menschen, die weniger nachdenken. Aber jedes Mal, wenn so ein Konflikt aufstand, dann heißt es plötzlich, wir müssen uns verteidigen und das vereint die Welt. Das kennt man auch aus der Politologie. Konflikte, Kriege vereinen bestimmte Gruppen. Und meine Eltern hören es sehr gut. Die fühlen sich jetzt wirklich angegriffen. Georgi erzählt sehr rational über seine Eltern. Wir haben den Eindruck, er will sie wirklich verstehen. Doch das Verhältnis wird schlechter. Ich habe auch im letzten Gespräch meiner Mutter gesagt, ich bin der Volksverräter. Ich habe wirklich das Gefühl, dass du mir früher oder später sagst, dass ich ein Verräter bin. Das ist dieser schwierige Spagat zwischen den politischen und den familiären. Also ich sage meinen Eltern auch ganz offen, dass ich sie liebe. Aber dann höre ich von meiner Mutter zu hören, ich spüre deine Liebe. Ich habe das Gefühl, dass meine Mutter und Herr Liebe versteht, dass ich mit ihr eine Meinung bin. Das bestätigst du mir immer durch ihr Auftreten, durch ihre Argumentation, dass sie halt wirklich von mir erwarten, dass ich irgendwann sage, Mama, oh Gott, ich bin so ein Slave. Oh Gott, Russland ist so unglaublich. So ein riesiges, starkes Land. Oh, ich spüre diesen nationalen Bizeps. Ich kann mit allen wegfingen. Ich glaube, die will das von mir hören. Die will einfach hören, dass ich stolz bin auf das alles. Ist er aber nicht. Er ist entsetzt, beschämt. Im März trendet in Russland Auswandern bei Google. Seine Freundin will weg und auch er überlegt, seine Heimat und seine Eltern zu verlassen. Ein Gefängnis, dann eine Person und dann, wenn man dreht. Anastasia lebt längst im Ausland. Aber nicht wegen der aktuellen Situation. Die Angst vor der staatlichen Willkür Russlands, die hat sie schon lange vor dem Krieg. Hast du dann Sorge, dass die auch im Gefängnis landen könnten? Ja, das meine ich mit, also wenn ich sage über meine Angst, das meine ich. Und hältst du das für eine realistische Gefahr gerade? Du kannst viel machen und nicht in den Gefängnis gehen. Du kannst ganz wenig machen und trotzdem in den Gefängnis gehen. Oder dieses Hausgefängnis bekommen oder so. Hausarrest. Mit ihrer Mutter spricht sie am Telefon nicht offen über den Krieg. Wie so etwas abläuft, zeigt ihre neueste Animation. Für mich, das sieht so aus. Es gibt sehr schwere Punkte. Es gibt ganz fragile Punkte, worüber wir sprechen. Ganz so, dass wir vermissen einander. Und dann, ja, also bei mir, das erzählt mehr, als ich kann wörtlich sagen. Weniger als 2000 Kilometer von uns entfernt ist Krieg. Da fliegen die Bomben. Ein völliger, überflüssiger, unbegründeter, menschenverachtender Angriffskrieg, bei dem laut UN schon 4000 Zivilisten starben. Und Kriegsverbrechen ohne Ende geschehen. Wer das sagt, den drohen 15 Jahre Knast in Russland. Anastasia glaubt nicht daran, dass fast 80 Prozent ihrer Landsleute den Krieg unterstützen. Sie hat Zweifel an den repräsentativen Umfragen. Niemand möchte Krieg. Das ist Tatsache. Wer möchte Krieg? Das ist verrückt. Niemand möchte Krieg. Und wenn die auf die Straße kommen und fragen, die fragen nicht, bist du pro Krieg oder gegen Krieg? Die fragen, bist du pro diese Special Operation oder gegen? Das ist schon nicht als Krieg benennt. Dann, wo sind diese Leute? Das sind arme Leute oder die haben nicht so viel studiert oder so. Oder das sind einfach Leute, die haben Angst. Das ist sehr tricky. Wir alle haben die Wahl. Aber hätte ich auch den Mut, eine Minderheitenmeinung zu vertreten, wenn ich dafür die Sicherheit meiner Familie riskieren würde? Und wie löse ich einen politischen Konflikt in der Familie? Dazu spreche ich gleich mit einem Konfliktforscher. Er sagt, manchmal ist es richtig, die Klappe zu halten. Langfristig? Auf Dauer ist das aber kein Zustand. Und eigentlich sei die Familie ein guter Ort für politischen Streit, weil eine soziale Grundlage besteht. Wichtig sei allerdings zuhören. Auch wenn die Meinungen weit auseinander gehen. Gerade in politischen Konflikten sei das wichtig. Klingt banal, ist aber so. Dr. Larnius ist der Konfliktforscher. Ich will wissen, wie man diskutiert, wenn der andere mit Fake News oder Verschwörungstheorien argumentiert. Wenn man diesen Konflikt lösen will, muss man das an der Stelle über sich ergehen lassen. Und dann kann man sich vielleicht so ein bisschen auf das konzentrieren, worin man übereinstimmt. Sodass man sagt, okay, darüber stimmen wir jetzt nicht überein, aber es gibt vielleicht ein paar andere Dinge. Da finden wir Gemeinsamkeiten. Und diese Gemeinsamkeiten sind essentiell, wenn wir überhaupt irgendeine Art von Fortkommen in einem Gespräch haben wollen. Es wurde oft gesagt, dass Argumente und Fakten, dass das nichts bringt und so. Das ist das, was immer wieder rumgeistert. Das stimmt aber nicht. Das ist echt ein Mythos, dass Argumente und Fakten nichts nützen würden. Denn natürlich bringen die was. Sie bringen natürlich nicht den schnellen, sofortigen Sieg in Anführungszeichen in der Diskussion, dass man damit unmittelbar jemand anderen überzeugen würde. Aber es ist tatsächlich das einzige Mittel, und es ist nachweisbar auch ein Mittel, dass es in solchen Situationen was bringt. Es lohnt sich also, Fakten zu droppen, auch wenn es mühsam ist. Alles Gute Ihnen. Tschüss. Ja, da. Das ist Kira aus Leipzig. Mit ihrem Vater will sie absolut nichts mehr zu tun haben. Ihr eigener Vater beschimpft sie als westliche Schlampe. Warum er so denkt? Weil sie den Krieg bei Insta eine Schande genannt hat. Also die ersten zwei Wochen, weil ich habe geheult jeden Tag und wir konnten es nur passieren. Wir sind doch eine Familie und jetzt habe ich gar keine. Aber jetzt habe ich mich damit angefunden. Sie hat akzeptieren müssen, dass ihr Vater ein Faschist ist, sagt sie. Der Konfliktforscher rät in solchen Fällen, die Politik erst mal beiseite zu schieben. Auf eine Wellenlänge kommt nur, wer wieder an der emotionalen Bindung arbeitet. Leichter gesagt als getan, behaupte ich jetzt mal. Ach, also am Anfang habe ich mir die Schuld gegeben, dass ich den Mund aufgemacht habe. Ich dachte, du hättest die Klappe halten sollen. Also ich habe das zu mir gedacht so. Ihr Papa tickt nicht erst seit Putin anders als sie. Aber jetzt ist der Streit eben eskaliert. Natürlich hat die Propaganda viele Sachen beigetragen. Das ist sowieso. Aber ich denke, die Propaganda verblödet die Menschen nicht. Die ist für die Blöden und für solche Menschen gemacht. Das ist so. Und weil ich bin genauso aufgewachsen wie die ganzen Menschen, die jetzt so denken. Große Sorgen macht sie sich um ihre Mutter, dass auch sie in den Strudel gerissen wird, obwohl sie eigentlich sehr freiheitsliebend ist. Im Streit ging es um unser Interview. Ihre Mama war dagegen. Kira wollte aber unbedingt mit mir sprechen. Sie will, dass ihre Stimme gehört wird. Auch wenn das bedeutet, dass sie noch weiter familiär isoliert ist. Sie ist nicht allein. Ich arbeite viel und ich habe hier, wie gesagt, tolle Freunde in Leipzig. Ich bin glücklich hier. Und wenn es mir schlecht geht, dann kann ich jemanden anrufen, mich mit jemandem treffen und dann besser. Georgi hat sich zu Kriegsbeginn Grenzen gesetzt. Wenn Medien eingeschränkt werden, dann ist er weg. Längst geschehen. Und er ist immer noch in Moskau. Ich habe Verpflichtungen hier. Ich muss für meine Eltern sorgen. Ich kann sie einfach nicht hier alleine lassen. Wir haben hier keine Familie, keine Verwandten, auch wenig Freunde. Ich habe so eine Verantwortung für das alles. Wenigstens in einer Stadt zu bleiben, ist schon wichtig. Oder in einem Land. Seine Freundin bleibt dabei. Sie wird auswandern. Und ich verstehe mich auch ein bisschen selbst nicht, dass ich diese Linien, die ich selbst gezogen habe, sie verschieben sich immer weiter. Und irgendwann habe ich das Gefühl, dass ich überhaupt nicht den Mund habe, das Land zu verlassen. Ich weiß nicht. Vielleicht mache ich mir selbst etwas vor. Ob Anastasia wieder nach Russland zurückkehren wird, weiß sie noch nicht. Gerade kontrolliert sie unser Interview. Die Sorge, sie könnte etwas Falsches gesagt haben, ist immer da. Alles okay. Nichts Schlimmes dabei. Abschlussfrage. Glaubst du, du kannst mit deiner Kunst was bewegen? Oder was ist deine Hoffnung? Ich mag eigentlich gar nicht so diese Hoffnung-Wort. Warum nicht? Weil das irgendwie, das ist zu ruhig. Also bei mir, da steht das ein bisschen so ruhiger fühlen. Ich habe jetzt Hoffnung, dann ich habe schon etwas. Aber wenn du hast keine Hoffnung, du sollst was machen. Anastasia findet, wer hofft, hofft halt nur. Das ist schwach. Sie macht lieber was. Finde ich stark. Ich möchte mich bei allen Gesprächspartnern bedanken. Einblicke in die Familienstrukturen zu geben und in die Probleme. Das ist so etwas Intimes. Und ich weiß, wie viele Gedanken ihr euch gemacht habt, ob ihr uns diese Interviews geben möchtet oder nicht. Also ganz, 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 ganz großen Dank. Ich habe einen Riesenrespekt davor, dass ihr öffentlich eure Meinung sagt und zu euren Werten steht. Und ich hoffe, dass dieser Film auch Menschen Mut macht, die aus nachvollziehbaren Gründen bisher nicht öffentlich ihre Meinung gesagt haben. Und falls euch jetzt dieses Thema weiter interessiert, wir haben Georgi über Wochen und Monate sogar begleitet. Ihr findet Videos von ihm bei uns auf Instagram. Und wir haben auch die ukrainische Sichtweise über Wochen begleitet. Ihr findet Videos von Alexandra auch ebenfalls auf Instagram. Und jetzt interessiert mich natürlich noch, was ihr denkt. Hättet ihr den Mut, dass ihr euch gegen eure Eltern positioniert? Oder wie würdet ihr abwägen? Also schreibt es gerne in die Kommentare.